hallo und herzlich willkommen hier beim minecraft wir werden heute endlich weiter vorankommen hoffe ich ich habe herausgefunden man braucht nicht das wasserstoff man braucht einfach sauerstoff um es zu verdreifern ist doch schon mal sehr schön so aber wir haben allmählich bald mal kohlemangel weil wir brauchen ja auch hier viel kohle diese maschinen 100.000 vielmehr drin also zum speicherteil also dieser kohlegenerator ist viel effektiver als der von mechanismen muss ich sagen finde ich jetzt persönlich mal wir werden halt mal eine solare jetzt bauen habe ich mir überlegt damit wir autarker werden osmium staub machen wir wir bauen vor allem erst mal dreimal das glas scheiben wir brauchen denne so redstone davon drei trei tun und dann brauchen wir glassscheiben hier haben wir noch Glas, Glas haben wir auch noch so, Glasscheiben und das muss schon mal 3 2 Osten hier im Staub, davon brauchen wir auch was, das heißt wir brauchen erstmal eine Energiespalt ab, als nächstes, ich baue gleich 3, weil wir vielleicht mal 3 fangen ausführen aber, fangen wir halt schon mal an, wir brauchen 4 sogar davon, 4 Energiespalter so, ich habe nur gar nicht genug davon hergestellt, nämlich mal an 4 V so, hier lassen wir aufgeladen werden, das kriege ich gerade mal die Energiespalter haben wir schon mal, aber die müssen noch mehr aufgeladen sein, das ist sehr schön, davon brauche ich natürlich auch noch viel mehr, wir brauchen aber noch einen 2 Osten hier im Staub, äh, genau noch mal eben, Osten hier im Staub, 2 Osten hier im Staub braucht man nämlich, so, dann brauchen wir diese, davon, was heißt noch, Rizzo, weiß, äh, äh, so, jetzt ein 1 Eisen, nochmal 2 davon, und wir haben jetzt noch mal eine kleine Solana hier, Moment schon mal 1 und mehr, ja, Osmium haben wir hier gerade gar nicht, das heißt ich muss jetzt erstmal diese beiden Osmium Staub, die kann ich nicht, also die beiden Osmium hängen gleich mal zum Osmium Staub machen, äh, ja, das hier rein, ich will jetzt mal hier rein, so, jetzt muss ich mal Osten hier im Staub finden, nächstes Mal, coolen Staub, also nochmal hier rein tun, ich brauche auf jeden Fall wieder mal mehr Osmium jetzt, dann mal ein bisschen davon herstellen, Stahl, Stau, ich brauche auf jeden Fall wieder mal mehr Osmium jetzt, dann mal ein bisschen davon herstellen, Stahl, Stau, ich habe euch den falschen Tankinhalt jetzt, brauchen wir wahrscheinlich für Jetpacks oder sowas, ne, das wollen wir nicht rein tun, das muss ich nochmal mitnehmen, da stehe ich nochmal ein paar mehr von her, Glas scheiben, ich würde reichen, so, gehen wir jetzt nochmal zurück zu unserem neuen Haus, ich habe mich in Creeper nachbefallen, zum Beispiel hat er nur hier, weil es explodieren lässt, und nicht hier, also nicht der Spieler, deswegen muss ich mich hier fertig bauen, so, ich brauche auf jeden Fall noch mehr von den Regenlingen, dann machen wir nochmal ein bisschen ein Stück Mann hier an, dann wäre ich hier nochmal an, oder auch wieder rein, weil es momentan halt noch Strom da ist, jetzt drehe ich nochmal schnell rein, ne, noch ein bisschen passen wir an, beim ersten Blick sehe ich natürlich nichts, ups, da war schon wieder irgendwas, Yo, Alter, hier ist er aber auch, haben sie auch Spaß, hier haben sie wieder mal richtig Spaß, ich brauche noch Kohle, da ist es Kohle, ich brauche jetzt erstmal mit Holzbeid, ja, ein paar fucking reicht ja noch wieder hier haben wir auch aus mir im erz hier haben wir auch aus mir im erz das ist gut hier haben wir erstmal kein aus mir mehr gucken wir erstmal die natürlichen wege an da war noch was mir dann kann ich auch mit drei fahren da haben wir auch noch mehr aus mir um das ist schön in Lava um zu sein so so dann werden wir das erste mehr wieder reichen altes Haus dann haben wir jetzt nochmal 5 verdoppeln die das ist der 10 rumskomm hoffe ich mal das ist der 10 rumkommende das ist der 10 rumkommende das ist der 10 rumkommende so jetzt haben wir nämlich auch wieder einen Tank und diesmal nehmen wir da nicht Wasserstoff sondern Sauerstoff rein und dann können wir das jetzt auch endlich verdreifahren ich fahr drei fahren das Zeug zurück zum neuen Haus Sauerstoff hier haben wir sogar noch nichts drin und wir bekommen drei so kleine Krippen das ist wunderbar das ist auch schon wieder alle da haben wir noch einen neuen Ausbildung die werden mitkommen werden Und hier werden wir jetzt Strom benötigen. Ich kann es eigentlich einmal kurz sehen hier hinten lassen. Ich mache immer ein bisschen Strom. So, ich gehe wieder zurück. Mein altes Haus. Und das geht nicht. Man kann hier keine Audio-Probe rein tun. Okay, das heißt wir brauchen als nächstes einen Ruf. Das ist der Generator. So. 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 So.